herzlich willkommen zum zweikampf sofa und zwar mit dem onkel von gamers check du bist der mit dem schwert ich bin der ganz kleine hier der auf euch alle herab guckt ich muss schon echt ich gucke schon auf meine füße um euch zu sehen sonst sehe ich euch nicht mehr wenn ich noch mal gucke das ist so geil ich gucke gerade aus ich sehe euch gar nicht ja immer schon echt weit weg sein sonst sehe ich euch ich sehe den strich von hier aber den charakter sehe ich irgendwo sein wir müssen durch die tür und wir machen diese mission zum zweiten mal weil wir beim ersten mal ist nicht geschafft haben das richtig aber wir wissen jetzt was wir falsch gemacht haben ich weiß nicht aber wir erwarten nicht bei dem ding was wir beschützen müssen das war der fehler aber am ende kommen ohne ende leute da an wir müssten nämlich etwas beschützen und da muss man tatsächlich nachher mit allem anderen stehen sonst wird es echt alle mann alle mann mit allem an macht da unten ist wieder einer direkt vor mir ich sehe ihn wieder nicht weil er so klein ist wo bist du überhaupt ja er biecht immer irgendwo ab und wundert sich das ist ganz schlechtes teamplay einfach woanders lang laufen ist ganz schlechtes teamplay ich bin irgendwo abgebogen er wundert sich dass er wo bin ich denn überhaupt da bin ich ja ich gucke auf deinen bildschirm und denke warum renne ich da lang da sage ich mal nichts zu da sage ich nichts hey lass mich doch mal gehen der folie einer ist hinter mir ich habe ein level aufstieg und da bin damit gott sei dann wieder voll so kannst nicht heilen kannst ja das schützt so rechts habe ich mit dem finger umgeschnippt schützt und rechts die nase und die kügelchen meine habt ihr wieder keiner gemacht dann mache ich das ich bin glaube ich wieder auf der falschen seite dein links ist unser recht sozusagen na ja du schaffst das schon na klar na klar sagt er da auch noch easy going oh hier geht es gar nicht mehr weiter na gut oh shit da hätte ich wohl nicht reingedurft doch nicht so einfach was ich habe hier mit hier gefunden was ist das was ist das der ist explodiert da hat es und da hat er irgendwie so ein staubsauger auf dem rücken ja 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 fast da also wer geld für turrets hat sollte sie anschalten wir sind wieder ist wieder gesorgt naja ich hab's gewusst ich muss echt zum boden gucken um die zu sehen es ist sogar dabei haben wir ja sagt dass da jemand ist äh wie ist ein dicken da genau ach halt schon drauf wunderbar der ist schon tot aber bitte die dinger noch nicht einschalten wann ich meine dinger anschalte das hier muss man jedes mal aufpassen was man sagte verstehe ich gar nicht was meinst du naja das na das anschaltet halt was weiß ich gar nicht was wolltest du mir jetzt irgendwas damit sagen dass die wellen kommen dass die wellen kommen genau so die wellen kommen dieses warum denn helm helm ich habe keine ahnung dieses headset das macht mich fertig ich verstehe aber mal der hefte ja 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 das hättest du schon genau ist klar den hättest du mir jetzt wenigstens lassen können die auswählen ja okay ich lasse ihn ich habe ja gesagt ist klar ja ich brauche gesundheit ich habe keine gesundheit ich bin draußen was sagt ich bin schon lang draußen ich habe gesagt mach das ding noch nicht an das haben wir nicht gehört also ich zumindest doch da hast du sogar noch gesagt was ich soll mein ding entscheiden das ging aber um mein ding nicht um dass du draußen bist das nicht zum anmachen ist somit aber am anfang kann man doch schon bei der ersten wählen kann man auch mal raus rennen oder du bist echt gierig ich merke schon wenn wir die mission wegen dir noch mal machen müssen ich bin doch wieder da ich bin doch wieder da kuckoo sagt er doch jetzt der andere wieder raus ja ich hab'n dach überm kopf hallo du bist trotzdem wenn du ach das will doch für uns langweilig wenn du da alles abbeizelt Ich mach doch gar nichts. Ich bin doch der Einzige, der ja so gut wie nichts macht. Ich mach mal nichts. Ist da ja auch noch nie? Vorsicht! Sie greifen von oben! Jetzt kommen die schon von oben. Achtung, da kommen so dicke. Die von oben kommen immer dicker als die kleinen, die von unten kommen. Und jetzt? Was tut das zu welcher Taktik? Äh, draufhauen mit mehreren Mannen, ist besser. Er ist auf dem Schwertkämpfer gefallen. Ja, Onkel, du hattest einen Huckepack-Gast. Ist das ja so? Ja, ich hab's gemerkt. Oh, die alle wegfallen hier. Aber wo wegfallen? Was macht der hier? Hä? Hä? Oh fuck, der ist groß, groß, groß. Groß, 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 Mann. Und tot. Er ist groß und tot. Der ein böser Bude. Der hat meinen Schuld kaputt gemacht da oben. Ey, du Sack. Ey, das ist cool. Okay. Unserer Basis gibt's noch nicht mal so. Also, ne? Schon ein bisschen mitbestimmt. Ja, ja. Ja, sicher. Dann guck dir mal an, was daneben steht. Dann weißt du auch vielleicht warum nicht. Ja, ich schaue da ja schon. Aua, aua, sag ich nur. Da hinten kommen. Wer von oben, wer von oben, wer von oben. Ja, von hinten auch. Die schmeißen mit Stein auf das Ding. Stein. Ich bin erstaunlich. Aua, das ist aber ja nicht kacke hier, ne? Basis? Ja. Verteidigungs... Oh, hinter uns, hinter uns, hinter uns. Ja, ich arbeite dran. Verteidigungsmissionen sind immer kacke. Egal was und wen man verteidigen muss. Huch. Ey. Hopp. Puh. Bin ich da ein bisschen Geld rum? Hat jemand Geld für so'n Turret irgendwo noch zu kaufen, zu bauen? Ja, ich hab genug. Ja, ich glaub, ich werd auch mal was bauen. Ähm. Ach, er geht halt so sehen wie ich. War ich auch so schnell oder was, Aua? Ja, sonst... Tut mir leid, wir hätten uns absprechen sollen. Also, ich hab den gebaut. Hä, hä. Ja, Kundschaft. Okay. So, jetzt kommen sie von oben, von unten und von der Seite. Ja. Sie kommen durch die Runde. Sie kommen durch die Runde. Sie kommen durch die Runde. Damit kenn ich mich nicht aus. Oh, und sie rennen auch noch. Ja, das sind Runner. Oh, wie tragisch! Oh, oh. Wer ist denn hier? Hallo? Zeit zu sterben. Hier! Wie? 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 Achtung! Dicke hier drin! Dicke in the house! Dicke in the house! Na, da kommen ein Haufen Dicke! Dicke kochen? Genau! Nein! Ich hab's jetzt zurückgeschle Aoㅋㅋ Wir haben ein Drittel verloren! Weil, da Basis. es kommen wieder dicke von oben das gemetze wo wir letztes mal die mission verkackte haben wir hatten die hosen voll aber gestrichen an der mission werfen auch irgendwelche sachen ich kann mich nicht um es kümmern wir müssen die basis hier verteidigen das hält es wird überbewertet alter erzählt die mission und wenn ich dabei drauf gehen gibt es keine rettung eine suppe es ist der riesengroße ist ein riesengroß er ist aber auch gleich tot riesen ton wenn ich kann man hästen neben dem den ganzen jahre hälfte runter das ding ist überall kannst du nicht sehen das ist die hälfte der basis hälfte runter so haben wir hier sagen wir wie viel kommen denn da noch es könnte einmal nicht mal schluss sein oder wenn er startet in 9 sekunden die nächste welle macht kein scheiß doch schon da gerade kann man das ding heilen ich mache es gerade an so hier draußen gibt es auch ja ich weiß da gibt es ganz viele weil hier drinnen die posten haben wir wollen also die basis die basis und die hälfte runter hier kommt einer durchgebrochen er hat durchgebrochen aber alle manche die mitte stellen ich bin da wunderbar ja ich auch cool sind wir alle da können wir gehen wie viel kommen denn da das ist doch irgendwie jetzt schon so einfach nur massen an gegnern oder ich habe gerne eine atombombe als special die einfach alle gegner auf der ganzen map wegfegt Das wäre mal ein Special, sage ich dir. Suppe kochen. Ja, das macht ihr immer. Die kocht immer so eine Suppe und dann lässt es dann los. Das sieht dann aus, als würde ich eine Suppe kochen. Ach so. Ich dachte, du würdest eine Special mit die Suppe kochen. Nee, das ist... Ja, Hilfe, da ganz viele Leute. Der haut auf die Tür drauf. Ach. Ja, ich friere sie jetzt ein bisschen ein, wenn es geht, aber viel Hips noch nicht. Einfrieren? Ja, die werden langsamer, aber ich schieße jetzt mit Eis. Ich fand mit Feuer wie in einem... beim anderen Gameplay. Hast du echt? Ja. Cool. Ja, das ist in der DNA da drin, weißt du? Je nachdem, was ich da mache. Komm schon. Ach, der ist ein Dicker und ich wundere mich, warum meine Hälfte hier und mein Schild so weg geht. Ach, du solltest, ich sehe jetzt alle bei uns dran. Hopp, hopp, hopp. Wo renne ich denn hin hier? Äh, ich geh weg. Ich hab kein Schild mehr. Hilfe. Boah, Alter. Das wird noch ein Dicker. Das wird noch ein Dicker. Ein bisschen eng, oder? Das wird sehr eng. Das wird sehr eng. Super. Aber wir sind gut im Geschäft. Das ist gut. Nein. So, der letzte. Seh nicht. Hier. Oh, okay. Da kommt der Fahrläufe noch. Sehr. Unter Smogs. Genau, der war unter mir, richtig. Da ist noch ja. Ich hab ihn wieder nicht gesehen, weil ich zu groß bin, ey. Ja, wir haben's. Oder? Ne, noch ein bisschen. Einer fehlt noch. 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 Boah. Ach hier. Von oben runtergesprungen. Komm schon, wo? Wo? Unser Turm ist übrigens fast weg, ne? Ja, ja, ja. Deswegen aufpassen. Wenn ein Dicker kommt, alle Mann drauf. Ich bin auch gerade irritiert. Ich bin auch draußen irgendwo hängen geblieben, oder? Da bleibt mal bitte einer dort stehen. Nicht, dass es dann schief geht. Naja, ich bin, ich bin, bin da, aber... Also hier ist ein Punkt. Was mach ich da mit dem Ding? Ach, hier ist ein Punkt. Guck mal hier hinten drunter, hier. Was ist ein? Weg ist er? Okay. Ähm. Na, komm. We live! Wie ist das? Das ist... Kaladius. Hinter dir. Ist laut. Da scheint er gerade. Wenn man etwas richtig tot sehen will, muss man es wohl selber töten. Also gut, Kaladius. Ich hole mir deinen Quaps! Ohhhh. Ich weiß, du wolltest mich nicht mehr. Ein Boss. Nicht mehr! Jetzt ist schwierig. Du kehrst in einem Karton nach Tempest zurück! Was? Das ist ne Jailor Hüis. Das ist ein Hai. Was ist ein Hai? Wenn das aussieht wie eine Hai, weiß ich ja alles. Hai-Errüstung mit Armen. wir haben alle schilder es passiert gar nichts was ist jetzt gelöst es fällt ja alles zusammen gerade wir haben schild habe ich noch nicht mehr nicht haben alle ein schild nicht nicht ich glaube du musst dass die klopfte muss die kleine erst mal hier kaputt machen die kleinen hatten aber auch ein schild ja 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 der jetzt nicht jetzt zum großen hier ja bitte sie wünschen ich schaffe das ganz gut von hier oben ist ganz geil mich begreift ja keine ahnung ich kann ihn gut beballern das ist schön nicht gut also außerhalb der spiel map jetzt also ober auf der auf der anderen etage ok nein da kommen andere gegner da sind ach hier draußen ist er hier draußen ist er hier draußen ist er ja was nicht alleine das könnte sich ein bisschen bewertet ja da sind auch türmen jetzt draußen wir müssen raus dann gehen wir mal raus krass ist das tut mir irgendwie nix ich fliegt zwar immer davon ich fliege zwar immer davon aber tut mir nicht weh ja sowas hatte ich ja eben auch da so jetzt schieße ich wieder nein jetzt habe ich mich aber runtergefallen ne ach nein doch ich bin hier ich habe ihn aber gleich ich komme zu dir ich komme zu dir du bist tot ok ich habe fast wieder oh ich bin Entschuldigung ich habe wieder zu schnell gehandelt ich bin Geld rum krass ich danke dir für die Hilfe dir Andy dir und deinen Freunden ich kümmere mich um den Eis ganz viel Geld sogar bist du wieder da? bin wieder bin wieder da wow ich glaube du hattest total in deins Tod erwähnt ich würde mich freuen dabei zu helfen das werde ich nicht ablehnen alle zurück aufs Schiff es wartet noch viel mehr Arbeit auf uns mission abgeschlossen wow und das sogar erfolgreich schock den Trupp wow heisst die Trophäe schock den Trupp mission beendet mit 54.777 Punkten oh richtig auf vorne ziehen gell ja meh das war die dritte dritte Episode von Battleborn das war ich ja und nicht Borderlands nicht Borderlands genau wir haben zusammengespielt mit dem Onkel von Gamers Jackal P und waren beim zweiten Anlauf erst erfolgreich muss man dazu sagen es wird allmählich schwer das hat jetzt das hat jetzt geklungen als lege es an mir vielleicht war es dein schlechtes Gewissen dass du das raus gehört hast gemeint habe ich das so aber nicht wir sind froh dass wir da zu dritt durch müssen weil ich glaube auch wieder die Missionen sind auch von der Menge der Gegner wieder auf fünf ausgelegt so fühlt sich das an es fühlt sich nicht an als wäre das jetzt ähm skaliert auf eins oder zwei oder drei tatsächlich ja Aua gut wir haben einen neuen Charakter vielleicht probieren wir den auch mal aus wir werden es sehen ich hab zwei neue Charakter zwei vielleicht muss ich noch weiter drücken oder so aber wir haben erstmal nur den Kaldarius ne nur Kaldarius habe ich ja und wen hast du noch wo habe ich noch so eine Frau gehabt ach ja ach davor ne ne Frau ne der Typ mit dem blauen Kopf du hast ne Frau mhm gut in diesem Sinne neuer Battleborn freigeschaltet Chain and Aurox aha Wahnsinn nur bei dir ich hab nicht aufgepasst ich war gerade woanders ich habe einen Kommanden-Orangen ist das nicht toll ich bin aber bei ach Rendi ist ja stimmt Rendi ist ja noch vier scheiße neuer Skin freigeschaltet Schoko-Smoothie heißt das Ding in diesem Sinne wir gucken hier irgendwelche Melüs so wir können uns auch verabschieden in diesem Sinne vielen Dank fürs Zuschauen bis zum nächsten Mal Tschüss Tschüss